Wir haben alle extrem auf diese Oscar-Verleihung gefiebert. Es gab ja auch den Film quasi im Kronberger Kino. Die ganze Region war gespannt. Wir als Hotelteam waren super gespannt, dass der Film natürlich für die Oscars mit Kristen Stewart als beste Darstellerin, Schauspielerin, nominiert war. Wir waren da wirklich sehr stolz, dass wir es da quasi ein Stück weit bis nach Hollywood geschafft haben. Wir sind sehr stolz, dass wir für den Europäischen Location Award nominiert sind. Es stehen interessante Locations zur Verfügung. Wir haben natürlich diese Authentizität. Wir sind allemal stolz, dass wir daran teilnehmen dürfen und ausgewählt wurden und hoffen, dass wir nun auch den Preis wirklich nach Kronberg holen.